Salzburg steht zum dritten Mal in der Königsklasse. Österreich holt die erste Medaille bei den Paralympischen Spielen und die nächste Hiobsbotschaft im Vorfeld der US Open. Das sind Ihre Themen und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Red Bull Salzburg hat es wieder einmal geschafft. Zum dritten Mal in Serie ziehen die Mozartstädter in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein. Schon im Hinspiel gegen Bröndby hat sich das Team von Matthias Jeisle mit einem 2 zu 1 Heimerfolg eine aussichtsreiche Ausgangsposition erarbeitet. Und besser hätte es im Rückspiel eigentlich nicht losgehen können. Der erst 18-jährige Slowene Benjamin Szesko bringt die Bullen nach feinem Zuspiel von Kamara in Führung. Der frühe Gegentreffer sorgt dann beim dänischen Keeper Hermansen für Verunsicherung. Sein Zuspiel geht genau in den Fuß von Szesko. Der sieht Brandon Aronson und nach 10 Minuten führen die Salzburger komfortabel mit 0 zu 2. Auch kurz vor der Halbzeit macht der Bröndby-Keeper keine gute Figur und Karim Adijemi erzielt fast den dritten Treffer. Nach dem Seitenwechsel zeigen sich die Dänen dann stärker und kommen nach einer Standardsituation eine halbe Stunde vor Schluss zum Anschlusstreffer. Die Salzburger verwalten im Anschluss das Ergebnis und ziehen mit einem Gesamtscore von 4 zu 2 völlig verdient in die Königsklasse ein. Am Donnerstagabend, sprich heute, findet die Auslosung in Istanbul statt. Salzburg befindet sich in Lostopf Nummer 3. Neben den Salzburgern kämpfen auch noch drei weitere österreichische Klubs um den Einzug ins internationale Geschäft. Rapid fährt nach dem 3 zu 0 Hinspiel-Sieg mit viel Selbstvertrauen in die Ukraine. Gegen Soja Luhansk sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber Cheftrainer Didi Kühbauer warnt. Ja natürlich ist es so, dass wir uns mit dem 3 zu 0 einen gewissen Grundstein gelegt haben im ersten Spiel. Aber wie man weiß, im Fußball gehört ein gutes zweites Spiel auch dazu. Das brauchen wir morgen noch, weil wir wohl gesehen haben, dass Luhansk wirklich sehr gute Qualität hat. Also wir sind nicht hierher gefahren, um das zu verwalten, sondern wir brauchen eine sehr gute Leistung, damit wir auch weiterkommen. Weiterkommen sollte auch Sturm Graz, die sich eine ähnliche Ausgangslage für das Rückspiel gegen Mura gesichert haben. Nach dem 1 zu 3 Auswärtserfolg in Slowenien können die Grazer vor eigenem Publikum den Einzug in die Euroleague-Gruppenphase klar machen. Erst gestern kommt es auch bei den Grazern zu Vertragsverlängerungen von Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker. Die Zusammenarbeit mit dem Erfolgs-Duo wird vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert. Zu guter Letzt kämpft der Lask noch um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase. Im Hinspiel sind die Linzer gegen St. Johnstone nicht über ein 1 zu 1 Remis hinausgekommen. Der Thalhammer-Elf ist aber in Schottland alles zuzutrauen. Und wir bleiben im internationalen Fußballgeschäft. Denn einer der erfolgreichsten Trainer der Gegenwart sucht ab 2023 eine neue Herausforderung. Die Rede ist von Pep Guardiola, dessen Vertrag bei Manchester City in knapp zwei Jahren ausläuft. Allerdings weiß der 50-jährige Katalane auch schon, wie es in seiner Karriere weitergehen soll. Wie schon nach seiner Zeit in Barcelona wird er eine Pause einlegen, um auf das Erreichte zurückzublicken. Und danach? Da will der Erfolgs-Coach eine Nationalmannschaft in Europa oder Südamerika übernehmen. Die bisherigen Erfolge als Coach sprechen für ein Engagement bei einer Spitzenauswahl. Alles andere wäre Pep wohl auch nicht wirklich recht. Mit den Citizens hat er in den letzten vier Jahren drei Meisterschaften gefeiert. Das große Ziel bleibt aber der lang ersehnte Champions-League-Titelgewinn. Bei den Paralympics darf sich das rot-weiß-rote Team über das erste Edelmetall freuen. Dressurreiter Pepo Puch gewinnt in der Einzelwertung auf Sailors Blue die Silbermedaille. Dabei hat es zu Beginn seines Auftritts gar nicht mal so gut ausgesehen. Denn nach einem fehlerhaften Start findet das Dreamteam erst wieder in die Spur. Und selbst ein Rettungswagen brachte den 13-jährigen Wallach nicht mehr aus der Ruhe. Für Pepo Puch ist es die insgesamt fünfte Medaille bei Paralympischen Spielen. Der 55-jährige Grazer hat sich 2008 den dritten und vierten Halswirbel bei einem Sturz gebrochen und ist seitdem querschnittsgelähmt. In der US Open Qualifikation sind Nummer zwei von vier Österreichern mit dabei. Bei den Herren hat Juri Rodion auf die erste Hürde genommen. Er setzt sich gegen Danilo Petrovic aus Serbien mühelos durch. Jetzt wartet Federico Gallo aus Italien. Für den anderen männlichen Qualifikanten ist das Abenteuer in New York bereits zu Ende. Sebastian Ofner unterliegt in seinem Auftaktspiel dem Taiwanesen Jason Jung. Bei den Damen ist es in der ersten Quali-Runde gleich zum Aufeinandertreffen der beiden ÖTV-Ladies gekommen. Im internen Duell setzt sich Julia Grabherr gegen Barbara Haas mit 6 zu 2 und 7 zu 5 durch. Jetzt wartet aber Anna Konju aus Kroatien, die bei der Damenqualifikation an Nummer eins gesetzt ist. Ansonsten ist das Turnier von zahlreichen Absagen geprägt. Auch Sophia Kenin kann wegen einer Corona-Infektion nicht in Flushing Meadows antreten. Zuvor haben sich die Williams-Schwestern, Titelverteidiger Dominik Thiem, Roger Federer und Rafael Nadal für die Nicht-Teilnahme entschieden. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Würde mich freuen, wenn Sie am morgigen Freitag auch wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen einen feinen Fußballabend. Bis bald! Bis bald!